Weihnachtszeit gleich besinnliche Zeit. Geht das eigentlich in Ihrer Familie wirklich so harmonisch daher oder streiten Sie sich doch mal unter dem Weihnachtsbaum? Hier in Lüneburg werde ich das mal herausfinden. Also man sollte sich vielleicht das ganze Jahr über bemühen, dass alles gut läuft und alles ausdiskutieren und nicht so scheinheilig zu Weihnachten denn alles Friede, Freude, Eierkuchen veranstalten. Und wie sieht das bei Ihnen aus? Ist da vielleicht mehr Harmonie? Ja, also denn Heiligabend ist bei uns immer Harmonie, ja doch. Und freuen tue ich mich auch drauf. Ja doch, doch. Nicht nur Neffe, die machen und führen was vor. Also ich finde das immer schön, ja. Ja, sehr harmonisch. Überhaupt nicht stressig. Lang vorbereitet, freue mich auf Familientreffen, Enkelkinder sind da. Wunderbar. Ist es bei Ihnen immer sehr harmonisch oder ist es eher... Es wird viel gespielt, Krach gibt's nicht. Gibt's vorher vielleicht mit den Geschenken. Also immer ganz harmonisch. Immer zwar nur so einen kleinen Kreis, sprich Vater, Mutter, Schwester. Und Streitereien, ne. Also früher als wir noch kleiner waren, also so, so. Da war das durchaus mal problematisch, was die Geschenkeverteilung angeht. Aber generell ist das jetzt kein Problem mehr, ne. Also alles ganz entspannt. Ich finde es immer schön, wenn alle zusammenkommen. Also die Harmonie pur. Gibt es gar keinen, den Sie nicht so gerne mögen? Ne, innerhalb der Familie nicht. Nein, haben wir nicht. Wir sind nur zu Hause und alles in großer Harmonie. Wirklich? Oder ist das nur so scheinheilig? Nein, scheinheilig bin ich nicht. Ich habe keinen heiligen Schein. Der ist weg. Also Sie freuen sich auf jeden? Ja. Jedes Jahr. Ne, überhaupt nicht. Und was heißt Harmonie pur? Also ein bisschen Streit oder... Also es ist einfach das normale Leben. Und das normale Leben ist auch am 24. Also wir machen keine künstliche Harmonie. Rentner haben Zeit. Die können das genießen. Und ist das denn auch immer harmonisch oder geht das auch mal ein bisschen stressig daher? Wir haben ja keinen Stress. Rentner haben doch keinen Stress mehr. Ja, Rentner haben keinen Stress mehr. Die machen sich Stress, aber das müssen sie nicht. Und sie sehen ja auch die Straßen, ne. Ist doch alles... Ist doch kein Stress. Ne, bis jetzt alles in Ordnung. Also es liebt immer sehr harmonisch bei uns. Freuen Sie sich denn schon auf das Weihnachtsfest mit Ihrer Familie? Ein wenig. Muss arbeiten. Also wir feiern immer alle zusammen. Groß und klein und alt und ganze Familie. Ja, rund um Tannenbaum. Und ausgeschlossen wird eigentlich keiner. Ne, also bei uns ist es immer ganz harmonisch. Bei euch? Ja. Ja, auch ganze Familie. Ja. Also Harmonie pur. Genau. Ja, so wie man... Doch, doch, doch schon. Mitspielen und sowas. Also nicht nur irgendwie Klingeling und Tannenbaum und sowas, sondern auch eben halt lustig. So ganz offen und dass so jeder irgendwie sein Bedürfnis abgedeckt hat. Also Harmonie pur in den Haushalten in Niedersachsen. Viele Menschen verbringen den Abend sehr harmonisch und freuen sich auf die ganze Familie. Ja.